So, willkommen zueinander von League of Legends mit Bassi Noob, äh, Bassi. Nein, ich muss trotzdem erstmal die Fähigkeiten durchlesen, so. Krack, GG, Alter. QS4Dashon. Ich weiß, ich lese doch gerade mal. DE ist das, was mich, DE aktivierst, indem du den Gegner, äh, Autotext und ein Frost. Ja, wenn du das komisch, was Dexter hat. Und die Ulti ist einfach Ulti werfen, tschüss. Keine Gere. Ja, dann ist es doch nicht first time. Die Ulti ist, ne, wenn ich andere Champs zugucke will, ist Strattek mit der W. So. Habe ich jetzt den Busch gewolltet? Ja, ich. Kommst du? Wolltest du. Was macht ihr da? Spiel. Die Ulti sind im Prinzip auch unser Engage, ne, oder wenn Trash den Bug macht. Ich glaube ich kann fly. Ich glaube ich kann touch the sky. Der Schaden ist da, tschüss. Brand ist low life. Okay, ich kann auf jeden Fall auch nicht mit ihm so farmen, weil er hittet nur 51. Oh, ist das schön, wenn ich die Bomben auf Brand einfach so draufknallen kann. Sechou macht ja mal richtig viel Schaden an. Was hast du mal gesagt? Sechou macht ja richtig viel Schaden an, sonst kommt ein bisschen Frosch. Irgendwie ja nicht. Weiß nicht, ich merke ihn gerade. Wir werden schnell level 3 werden, damit ich auch mal einen Gank anschmeißen kann. Der Weg ist immer klein. Alter, ich kann mit ihm nicht fahren. Fahren, genau. Farben. Junge, ist das euer Ernst? Hat der nur Flash? Ja, müsste er. Ja. Wow. Alter, Alter. Oh mein Gott, RIP. Hingerichtet. Doppeltöter. Ach, zum Glück nicht den Brand gegeben. Weißt du, was noch mehr RIP ist? Ich hab noch Exhaust mit. Dass ich nicht mehr ganken werde, ja. Auf jeden Fall, Basti. Weil es ja mein Fail war, ne? Ja. Auf jeden Fall, Basti. Du hast gesagt, du hast einen Exhaust. Ja. Das wär ein Safe Kill, der hat ja eine Sperren. Ja, ich hab den Exhaust jetzt erst gecheckt, dass ich das jetzt erst dabei hab. Ich dachte, ich hab's geändert. Ja. Und das ist dann meine Schuld. Ach so, deswegen... Hey, natürlich ist es deine Schuld, wenn du da stehst, Mann. Ist das doch ja... Ist das dein Ernst? Ja, dann gönn dir doch. Nein, ich bin... Was im F***, Mann? Mann! Gege. Warum ist der Brand bei mir? Gege. Ey, kotzt mich das an, ey. Wie kann denn der Brand bei mir sein? Mein Gott, ey. Der Weg ist immer... Ja, jetzt werden erstmal keine Gangs mehr gemacht, ne? Die können ja jetzt... Ja nichts mehr machen. Für Level 3. Das war ihm in einem Zeitraum gleich sterben, ey. Ja. F**k this shit, I'm out. Dreck, ey. Der wär so easy gefallen. Wenn so'n scheiß Brand nicht gewesen wär. Das ist ein Olaf-Dienst. Beeilt euch! was mit olaf das jünger und ich habe schon wunde warum er hier okay okay Die Zeit läuft. Yay. No. Der Brand muss da voll den Umweg... Der Brand ist bei dir, ne? Ich würde mal ein bisschen aufpassen. Oh, geht auch nicht. Aber der Olaf. Nein, jetzt nicht mehr. Oh doch, ich mach mal. Äh, ja, der klebt mir immer noch an der Backe und der denkt irgendwie, dass er mir damage. Ja, der macht mir auch sogar damage. Danke. Der Weg ist immer klein. Man, Alter, der frisst so viel Mana, der Boy hier. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Musst du dir Mana-Items kaufen? Das hast du sogar schon. Die Zeit läuft. Kann ich ja nix. Boah, Alter, ey. Nee, kann man nicht, ne? Nee, ich hab kein Mana. Und wieder? Die ganze Zeit nicht. Den hol ich mir jetzt, ne? Aber wenn du das sagst, dann stirbst du immer. Und wieder. Ja. 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 Brand kommt. Oh, nein, ich trau. Oh, nein, ich trau. Oh, nein, 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 nein. Der Play-Ra-Gi-Oh Gott, doch! Alter, geh jetzt bitte nicht drauf. Dabei wollte ich meinen Mates helfen, Blister. Alter, jetzt kommt sogar noch ein Tipee. Oder auch nicht. Ah, hier ist raus. Toll, jetzt hab ich umsonst da in der Mitte irgendwie, äh, Botlane irgendwie Radau gemacht. Ah, schön, aber erstmal alles farm bekommen. Ah, sorry. So, ein Melee komme ich an meine Items. Items. Alles zu seiner Zeit. Rant, ah, is, äh, esse, esse. Man, fuck, ich mute gleich. Schon da. Wie, 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 wie kann die Riven damit weniger farm hat? Weil er hat ja gewartet hier, ja, ne? So sieht's aus, ja. Oh, hä? Wie läuft der? Ja. So, als ob er weiß, dass du kommst. Wahrscheinlich. Ja, deswegen hat man auch tausendfach mal seine Fähigkeiten ohne Cooldowns. ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Alles zu seiner Zeit. Doppeltötung. Scheiße. Scheiße, jetzt hab ich geholt GG 4-0-Brand Und davon bin ich noch einmal gestorben, juhu Wow, ey Als ob jetzt Bread auch noch Toplane tp hat Die Spielen klug Ja, genau Ist auch sehr wahrscheinlich Toll, jetzt ist Toplane offen Super geil Ein Gegner wurde getötet Yep Und ich bin einfach schon fast totgekombot Nice Feed of Brand Ist natürlich sehr gut Für einen Midlaner Ach, das gefällt mir Schon da Ja, ey, warum funktioniert die Ultimate denn nicht, ey Das kotzt mich so an Ja Sehr gut Wer klingelt denn bitte um 21 Uhr bei uns an der Tür Ein Verbündeter wurde getötet Welcher Spastenkopf Ja Genau Hier mir ist Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das Game ist auch GG. Die kommen überhaupt nicht ins Lair. Ganze Knie mehr. Ja. Na, ich bin noch da umgegangen. Also ich kann nicht helfen. Ich bin los. Ja. Selbstverständlich macht man so was. Selbstverständlich bewegt man sich dann genau wieder weg. Würde ich auch machen, indem wir an der Stelle. Dann bewegt sich ja natürlich genau dahin. Bevor ich das nicht, was ich wieder weg. Einfach nur um zu gucken, ob da irgendjemand nicht im Busch steht. Mach das so was. Ach ja. Ach ja. Der Weg ist immer kreifend. Ah, okay. Ich kann mir mal die Waffe da, oder? Oh, das war eine WaveClear, oh. Eni ist glücklich. Was klingelt denn nun mit der Uhrzeit, ey? Das sind bestimmt wieder die Schwasten-Kinder. Wir haben Ferien und wir müssen direkt mal wieder Klippel-Streiche machen. Für den Notfall habe ich immer noch Dinge und so. Oh mein Gott. Ne, Quatsch, sterben. Also gefinierten Brand kann ich nichts machen. Die ganze Knie. 6-0, Alter, weiß, und ich bin nur zweimal ein Ding gestorben. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn machen? Gut, dass du dich angesprochen fühlst. Ja, ich bin 1-6. Alles zu seiner Zeit. Nicht klar. Der Gegner hat einen Turm zu stört. Ja, ich bin 2-6. Ja! Die Ordner verfolgt im Grunde. Was sollen wir da denn bitte treffen? Ein Gegner ist neben dem. Ihr habt Einen Gegner getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh mein Gott. Der Weg ist immer weit. Nach dem Böden. Also man spielt einfach ein Bansch, ja es reicht. Oh, leck mich doch am Arsch. Wow, und in diesem Zeitpunkt werde ich jetzt auch noch reinfeeden. Oh, Jesus ey. Stand mal 1-0. Äh, 0-1. Ja, weil ja auch ein Brandon, das weiß ich, mit Cooldown auf Cue hat, ne? Ne, weil der Brandon nur in 0 steht. Hat nichts mit der Cooldown-Time zu tun. Ne, das hat aber damit zu tun, dass er damage macht. Es geht mir darum, dass er innerhalb von 4 Sekunden zweimal die Coolder rückt. Ja, unerklärlich. Der Weg ist immer gleich. Alles zu sein wird sein. Soll ich mal, seid ihr irgendwie... Junge... Die Kinder hier leben, gehen da irgendwo sterben, weißt du, und dann pingeln sie auch noch hier rum. Soll ich mal, seid ihr? Soll ich mal, seid ihr? Ein sehr schlechtes Game, sehr, sehr schlecht. Tschüss.